Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir hängen immer noch in den Schneekohlenhöhlen fest. Ein doch irgendwie sehr großes Gebiet, wie ich finde. Ist jetzt die vierte Folge? Ja, fast. In der wir hier schon rumgammeln. Und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Den Flecken und den Flecken, aber das sollten wir hoffentlich heute schaffen. Deswegen legen wir direkt los. Irgendwo hier muss es unter die Erde gehen, zu der sehenswürdig... Nein, ich dachte, ach verdammt, vielleicht direkt hier. Das sah gut aus. Über die Kante gucken, aber dem war jetzt nicht so... Oh Gott, die ganzen Eiswürmer. Nee, ich bin gar nicht da. Unter Wasser vielleicht. Das ist auch eine beliebte Mechan... Ja, natürlich. Eine beliebte Mechanik. Einfach unter Wasser eine Höhle zum Reinschwimmen. Sucht man sich auch oft doof und dämlich mit. Aber ich... Ich kenne doch meine Spielemacher hier. Was? Jorans Schleuse. Guck, wir schwimmen mal durch. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ich weiß, wir haben... Wir haben doch keine Zeit. Aber eigentlich schon. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir müssen hier ja nicht durchrushen und schnell, schnell. Wir haben ja Zeit. Spielen soll Spaß machen. Spielen soll entspannen. Stress hat man im Alltag genug. Und wir kommen hier hinten in dem See raus. Alles klar. Okay. Ja, kann man einmal unter der Stadt im Prinzip durchtauchen. Auch schön. Und es bringt uns zu einem Eisenerz. Nehme ich doch gerne mit. Dankeschön. Sehr gut. Okay. Dann laufen wir jetzt hier mal am Wasser entlang. Und wir müssen eh hier rüber und gucken, was sich da noch versteckt. Es ist hier schon dann oben eine große Brücke. Da ist ein Event. Ja, sieht ja auch spannend aus. Nicht sehr stabil. Guck mal, wenn man hier unten einfach mal mit der Axt durchhacken würde, würde alles zusammenbrechen. Okay, da haben wir noch eine Wegmarke. Übersehen. Hier taucht da bestimmt gleich ein Herz auf. Bei den Jagdzielen. Blutsteinverrückte Bestie ist erschienen. Das ist auch was, was später mit der lebendigen Welt in einige Karten reinkam. Nicht mit der ersten, sondern ich glaube mit der dritten. Ich glaube mit lebendige Welt 3 kam das. Also noch ein ganzes Stück hinter dem, was noch vor uns liegt. Ach ja, manchmal ist es zu Fuß laufen echt anstrengend. Aber ich möchte auch nicht immer die Reittiere benutzen. Das ist so... Theoretisch kann sie es ja noch nicht. Das ist halt so die Sache. Da fühle ich mich immer so hin und her gerissen. Eigentlich, laut aktuellem Stand, könnte sie noch nicht fliegen. Und sie könnten auch nicht die Reittiere benutzen. Aber ich habe sie ja halt durch andere Charaktere schon freigeschaltet. Und hier war echt nur noch diese Wegmarke? Ja, das ist ja billig. Sonst ist hier nichts? Enttäuschend. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. Okay. Aber besser für uns. Dann schaffen wir diese Map. Jedenfall in dieser Folge. Ich habe mich jetzt mal zu der nahegelegensten Stelle teleportiert, wo das nächste ist zum Aufdecken. Ja, aber wie gesagt, ich weiß halt nicht. Soll ich die Reittiere benutzen, um schneller von A nach B zu kommen? Das ist eine Mechanik vom Spiel. Ich habe diese Mechanik freigeschaltet. Aber... Da müssen wir mit Sicherheit den Seetang ernten. Ähm... Beschützt und begleitet Flüchtlinge, sammelt Tang und schützt die Ausbildenden Wachen in Urgulb und vernichtet giftige Quallen. Okay. Kriegen wir doch alles hin. Bestimmt auch hier sammeln, ne? Ja, sehr gut. Oh, Vitran-Kra... Aha, nein, ihr habt mich gesehen, ne? Oh, Kacke. Gut, dann... Oh, da ist so eine versunkene Truhe, für die wir schon 10 Milliarden Mal, ähm, Schlüssel gefunden haben. Ich glaube, ich habe aber keinen dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, das wäre natürlich, wenn ich jetzt einen Schlüssel hätte. Aber ich glaube nicht, dass ich welche mithabe. Das ist auch ein Veteran. Hier ein bisschen Gift. Sterb mal schön. Oh, jetzt habe ich den nächsten angegriffen. Oh, ich schlaue es Kind. Passe unter Wasser. Zielt man auf den einen und weil man irgendwie so schräg durchs Wasser guckt, schießt man auf den anderen, den man gar nicht anschießen wollte. Aber wir erleiden gerade nicht so viel Schaden. Das ist ja die Hauptsache. Hauptsache... So, jetzt haben wir nur noch dich. Damit können wir doch arbeiten. Hier, spür das. Und spür das. Und spür das. Und stirb. Stirb doch einfach. Mach es uns doch beide nicht so schwer. Dankeschön. Werden wir mal schnell den Ausbilder. Und ich habe wahrscheinlich echt kein... Ähm... Kein Schlüssel. Oh doch, wir können es trotzdem öffnen. Wir können die Truhe nicht öffnen. Ja, wahrscheinlich, weil ich keinen Schlüssel dabei habe. Habe ich einen Bankmenschen dabei? Warte, das möchte ich nämlich jetzt mal ausprobieren. Ähm... Ne, Kaufmann-Express... Sofortreparatur. Ich glaube, ich habe keinen... Bank... Expresse bis Handelsposten. Das ist nicht Bank, ne? Ne. Dann nicht. Dann halt keine Drohle. Das ist bestimmt eh wieder nur irgendein... So ein grüner Ausrüstungsgegenstand, den kein Mensch braucht. Schrott, den man nicht braucht. Bestimmt nichts Schönes drin. So lassen wir das. Lassen wir einfach. Oh, jetzt habe ich mir ein paar Quallen zu viel hier angelacht. Aber die sind gar keine... Ach, guck mal. Die sind doch easy kaputt. Oder ist noch die nächste? So, wo muss ich die denn abgeben? Da oben. Bevor wir das kleine Ärzte gleich wieder fertig haben und ich wieder 10 Milliarden Tang habe, den kein Mensch braucht. Äh, kann ich die nicht abgeben? Mach euch bereit. Nicht die im Inventar. Nee. Okay. Na, dann ist es ja gut dann. Fertig. Sehr schön. Hu, Quaggan schicken Brief. So reden die wirklich. Ihr habt so viel getan für Urgul. Ich lese mal vernünftig. Die Lage hat sich gebessert. Nicht nur für die Quaggan, sondern auch für die Flüchtlinge, die hierher kommen. Quaggan ist beeindruckt. Und was ihr alles geschafft habt, obwohl ihr keine Fettschicht gegen das kalte Wasser besitzt. Oh, das stimmt. Euer Gesicht ist uns zu jeder Zeit willkommen. Hu. Hu, Quaggan mag. Oh, ich liebe Quaggan. Ach, es ist mit einer meiner Lieblings, äh, Nebenrassen, die es hier im Spiel gibt. Die sind so süß. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Äh. War echt gut, dass man hier nicht Erfrierung erleidet oder so. Stell dir das mal vor. Wenn man eine Weile im Wasser ist, dann erfriert man hier. Das wäre nicht sehr gut. Dann haben wir noch eine Wegmarke. Haben wir noch was hier in dem Gebäude-Dinge? Nee, ne? Nö. Ja, dann sei hier ja doch schneller fertig als vermutet. Viel fehlt hier nicht mehr, ne? Sonst mal gucken. Zwei Herzen. Ja, das eine müssen wir hier noch halbfertig machen. Dann ist hier wahrscheinlich noch das zweite. Hier ist wahrscheinlich noch der Hellenpunkt. Drei Wegmarken noch. Da ist eine. Und hier zwei Stück. Kann gut sein, ne? Dass hier noch zwei Wegmarken sind. Drei Aussichtspunkte. Okay, die finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, dass wir da noch drei Stück brauchen. Da bin ich gespannt, ob die alle hier in der Ecke sind. Und noch vier Sehenswürdigkeiten. Okay, da ploppte noch eine auf. Aber hier könnten theoretisch auch noch drei sein. Das kommt gut hin. Nur die Aussichtspunkte, die machen mir ein bisschen Gedanken. Bist du lieb? Du bist lieb. Lieber Conan. Da ist doch bestimmt auch irgendwie... Nicht? Okay. Hätte ich jetzt auch noch eine Sehenswürdigkeit vermutet, aber ist nicht... Greifenfall entdeckt. Da sind ja bestimmt viele Greifen. Natürlich. Oder sehr wenig. Das Gebiet Greifenfall heißt, weil die hier vom Himmel geschossen wurden. Ne, da ist schon der nächste. Okay. Aber hier ist sonst auch nichts mehr, ne? Was haben wir denn da irgendwie verpasst? Hier ist ja einfach nur Schnee und Berg und... Doljax. Da oben sind ein paar Erdbeeren. Brauche ich jetzt aber nicht. Was sollen denn die ganzen Sachen sein, die uns noch fehlen? Okay, haben wir uns mal in ihr Lager. Da ist auf jeden Fall schon mal eine von vier Sehenswürdigkeiten. Sehr gut. Wir laufen hier einfach durch in die... Okay, wir wollten gerade sagen, die interessieren sich gar nicht für uns. Äh, da hinten haben wir die Wegmarke. Eine von dreien. Die noch fehlte. Hm. Es fehlen noch zwei Wegmarken. Ich bin gespannt. Da haben wir noch eine Wegmarke. In diesem großen Gebäude. Hier haben wir noch ein Herz. Schätze. Es büttert heilige Eulen, vertreibt Sammler und Söhne Svanis aus der Halle der Eule, verteidigt Tiere im Tal und bläst die heiligen Lehren der Eule. Schätze ich mal, ist das da ein Tempel der Eule? Äh, da haben wir auch einen Aussichtspunkt. Da ist eine junge Eule, falls ein Waldläufer eine Eule noch braucht. Hier hätten wir welche. Ah, ich kann mich hier an das Gebäude erinnern. Musste man doch auch irgendwie hier lang zu sehen, äh, zum Aussichtspunkt. Irgendwie hier so außen übers Dach. Aber wo genau? Hier hinten vielleicht. Oh, das sieht gut aus. Oder auch nie. Ja, doch, doch. Ich rutsche bestimmt gleich. Das ist bestimmt die falsche Seite. Ja, ich glaube, der Punkt ist auf der anderen Seite. Hey. Und einmal rum. Ah! Oh Gott, das war knapp. Ach, da unten. Okay. Ich dachte, es wäre höher gewesen. Nehmen wir das nochmal. Ein Stück kaputt, das Dach. Muss ich ja sagen. Hallo, Baum. Ja, es sieht sehr zerstört aus. Gut. So, dann möchten wir jetzt mal gucken, was wir hier über die Eule erfahren können. Beschädigte Schrift. Ihr könnt nur ein paar Zeilen entziffern. Die Eule sagte zum Wolf, Bruder, deine Jagd war vergebens, wenn deine Familie alleine speisen muss. Und so kehrte der Wolf zu seinen Jungen zurück, denn er wusste um die Weisheit der Eule. Ja, Eulen sind sehr weise. Aber hier gibt es viel Ledermäuschen. Ihr findet die zerfledderten Überreste eines Segensspruches. Eule, wir rufen dich an, um von deiner Weisheit zu zehren. Wir jagen leise und gut, auf das wir niemals Gefahr oder Hunger erfahren. Okay. Ein bisschen Geschichtsstunde hier heute. Ihr findet eine Seite mit der komischen Darstellung eines Fuchses, der in einen schlafenden Bären läuft, während eine Eule über die Szene fliegt. Darunter steht, wer blindlings nach vorne stürmt, kann sehr leicht überrascht werden. Ja, sehr weise. Sehr weise. Das Buch ist sehr empfindlich, aber ein paar Zeilen lassen sich entziffern. Die Geister lehren die Weisheit der Natur. Doch Obacht, das Wissen des Eisdrachen hat einen hohen Preis. Wer den Wolf oder die Bären vernimmt, der sollte sich fürchten, denn keiner kann sie besiegen. Doch wer die Eule vernimmt, der braucht sich nicht zu fürchten, denn lautlos ist sie nur für ihre Feinde. Ja. Olaf fragte seine Mutter, warum seine Schale stets zuletzt gefüllt wurde. Sie antwortete, der beste Jäger kann seine Familie nicht ernähren, wenn er nicht zuerst selbst ist. Darum blieb die Schale des Jägers niemals leer. Dies haben wir von der Eule gelernt. Ja, wenn der Jäger stirbt, wo soll der Rest dann Essen herkriegen? Eulrun rief die Geister um Rat an und die Eule sprach. Eine Familie allein auf Stärke zu begründen, ist wie ein Nest aus Steinen zu meißeln. Da war Eulrun glücklich, denn der Jüngling, den sie erwählt hatte, war freundlich und gütig. Waren noch mehr Bücher? Haben wir noch Bücher? Ne, die hatten wir, oder? Ihr findet den überreichsten Segensspruch. Ja, ja, ja. Okay, dann haben wir, glaube ich, alle Bücher jetzt gelesen. Sehr weise Worte der Eule. Was können wir denn jetzt noch machen? Ähm, die Söhne Svanirs umbringen. Natürlich. Das Tal hier beschützen. Da haben wir einen verwundeten Hirsch. Dich retten bringt doch bestimmt auch was. Ja, natürlich. Sehr schön. Kaninchen. Okay, die Tiere sollen wir schützen. Also macht das, denke ich, keinen Sinn, euch anzugreifen. Eine heilige Eule. Hallo, Eule. Kann man mit dir was machen? Ne. Kann sein können, dass wir interagieren können. Eisenerz ist auch sehr heilig. Äh, ja. Ja, was können wir denn noch machen? Söhne Svanirs sehe ich nicht. Füttert heilige Eulen. Aber wie können wir die denn füttern? Womit? Womit sollen wir die füttern? Bücher haben wir alle gelesen. Da ist noch eine heilige Eule. Wie können wir dich denn füttern, meine Freundin? Ich bin überfragt. All wieder. War da drin irgendwo Futter? Ne, das sind nur die ganzen... beschädigten Schriften. Die haben wir alle gelesen. Hier hinten noch was. Ledermaus. Ah ja, der Heldenpunkt. Den können wir nochmal eben schnell machen. Es gibt nur noch wenige, die noch die Lehren der Eule... Ich war am Lesen! Das ist immer das Problem. Wenn jemand anders das anquatscht, dann sind die Texte leider direkt weg. Naja, gut. Okay. Das war der letzte Heldenpunkt. Sehr gut. Und... Müssen wir aber immer noch hier das Herz machen. Oh, so viele Fledermäuse. Alle meins. Es gibt auf jeden Fall Punkte. Ich weiß nicht, ob sie reichen. Ich glaube nicht. Auf doch nicht weg. Beziehungsweise flieg doch nicht weg. Wir sind gerade so viele Fledermäuse. Damit sollten wir das Herz definitiv... fertig bekommen. Da komm schon. Außer die snackt uns da alle Fledermäuse weg. Nein! Das sind mir Fledermäuse. Bitte. Bitte. Ich mach ein Let's Play. Ich muss weitermachen. Nein. Da komm schon. Da haben wir es doch geschafft. Sehr gut. Okay. Ein Herz fehlt uns noch. Da wissen wir auch, wo es ist. Ähm. Jetzt mal auf die Karte gucken. Hier fehlt noch was. Da haben wir noch eine Wegmarke. Ach, das ist die letzte Wegmarke. Ja, zwei... Genau, das war das, was mich irritiert. Zwei Panoramen. Können ja dann nur noch hier sein. Ich glaube nicht, dass da zwei Panoramen sind. Oh, das wird spannend. Wo haben wir was übersehen? Das wird dann gleich wieder Großes rumrätseln und suchen. Hm. Da oben irgendwo. Ich sehe aber von hier unten nichts. Ich sehe oft gerne auf erhöhten Punkten. Oh, hallo Svan, ihr Söhnchen. Nein. Das ist eine neue Beleidigung, nicht. Nicht Muttersohn, sondern Svan, ihr Söhn. Ey, du Svan, ihr Söhn. Da ist eins. Wie kommen wir da hoch? Aber bestimmt doch außenrum. Hätte ich doch mal da hinten auf den Berg kraxeln sollen. Äh. Oder ich mache es mir einfach. Ausnahmsweise. Habt hat keiner gesehen. Ähm. So. Ich habe noch drüber nachgedacht, da hinten schon mal den Berg hoch zu laufen. Ich brauche noch einen Knöchel, ne. Das ist... Ach. Ich habe mir vor Jahren mal gebrochen und seitdem habe ich Probleme damit. Nicht schön. So. Äh. Das war das. Einer noch. Da ist der Punkt. Da ist das Herz. Da ist die letzte Wegmarke. Ja, dann kann ja nur noch hier der Rest sein, der uns fehlt. Das andere macht einfach keinen Sinn. Hallo. Hab ich. Wow. Da ist noch eine Höhle. Sehr gut. Oh, Fliegen ist verboten. Da haben wir auch die Sehenswürdigkeit. Sehr gut. Ach, das war doch ein Jumping Puzzle hier. Ich erinnere mich. Hier ist auch ein Jumping Puzzle. Machen wir das noch? Ja, das machen wir noch. Wenn die Folge dann ein bisschen länger heute geht. Dann ist das so. Ja, aber zumindest, dass das ein Jumping Puzzle war. Oder? Oder denke ich gerade an ein anderes in den Schneegebieten? Mal gucken. Doch, doch. Das war das hier mit den Elementaren. Pass auf. Dann machen wir das mal eben schnell. Ich hoffe. Manchmal das Glück. Da gibt es so eine Stelle, da muss man über Rohre springen. Äh, die sind sehr fies. Au! Gar nicht da. Nein, 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 nein. Da sind die Rohre nämlich. Und da habe ich manchmal das Problem zu verkacken. So, jetzt muss man nämlich hier. Ich glaube, es ging auch von hier. Äh. 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 Funktioniert. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist hier die Rohre hoch? Hat funktioniert. Ja, sehr gut. Ja, jetzt musste man hier noch diese Vitran-Dame töten. Die ist gar kein Problem. Und da haben wir auch schon die Truhe. Na, das ging doch einfach klein und schnell und süß. Und dann kann man nämlich hier wieder raus. Tschüss. Ach ja, fliegen war ja, war ja nicht. Ich wollte jetzt gerade so schön fliegen. Das hat doch gut geklappt. Also diese Rohre, die brechen mir ganz oft das Genick, dass man dann abrutscht. Dann erwischt man das nicht. Dann springt man über das nächste Rohr und dann... Aber... Aber es hat geklappt. Es hat doch geklappt. Das ist noch ein Plünderer. Ich will die aber einfach nur wieder raus. Ich darf sie gerne weiter plündern und leben, wie du möchtest. Okay, auf zu dem Rest. Uns fehlt noch ein Pixel von einem Herz. Und die eine Wegmarke. Dann haben wir hier... Die Map fertig. Ich hoffe, es war jetzt nicht mehr allzu weit zu dem Herz. Genau, das haben wir ja abgebrochen. Weil wir dann dieses Event mitgemacht haben, das uns ja einmal quer über die Karte gebracht hat. Ah, ich hänge fest. Müsste doch jetzt hier irgendwo auftauchen, oder? Nein, das ist hinter der Wegmarke auch gut. Dann halt erst Wegmarke und dann Herzchen. Sehr schön, das war die letzte. Herz, du darfst gerne aufploppen. Dankeschön. Guck mal, haben wir doch schon fast fertig. Genau, wir müssen hier noch Wegdinger markieren. Damit sollten wir es dann gleich haben. Ist ja jetzt nicht mehr viel. Können wir da noch mit draufhauen? Nein, verdammt. Hätte wahrscheinlich gereicht. Du bist lieb. Da haben wir das Herz doch fertig. Fehlt noch was? Oh ja, da fehlt noch eine Sehenswürdigkeit. Ich muss zugeben, ihr habt uns bei der Umleitung der Löwenstraße durch Jotun Gebiet sehr geholfen. Für eure Anstrengungen gebühren euch Anerkennung und Ehre Löwengardistin Nadel. Sehr gut, okay, dann huschen wir jetzt noch, wir huschen wirklich auf dem Reittier zu dem letzten Punkt, der uns fehlt. Das sollte dann aber, diese Karte sollte es damit dann gewesen sein. Ach ja, da oben, das stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Einmal hier Hallo sagen. Ich hätte noch ein bisschen weiter laufen. Da haben wir die Map Completion. Tschüss. Und schon wieder weg. Tschüssi. Dankeschön. Und was gibt's? Natürlich, eine Transmutationsladung, grüne Ausrüstung, die kein Mensch braucht, ein bisschen Wolle, die ich gebrauchen kann. Aber alles andere hätten sie sich auch mal wieder in die Popore zu schieben können. Dankeschön. Naja, gut. Wollen wir mal nicht meckern. So, haben wir das auch geschafft. Sehr, sehr, sehr schön. Map Erkunden, was haben wir denn hier noch? Den Brief. Wir grüßen euch und hoffen, dass ihr diesen Brief erhaltet. Denn ihr scheint ja ziemlich viel unterwegs zu sein. Was ihr getan habt, kommt zahlreichen Bewohnern der Schneekohlenhöhen zugute. Von den Skalden bis zu den Jägern, von den Löwengradisten bis hin zu unseren verehrten Ältesten. Alle sprechen mit Respekt und Dampbarkeit von euch. Habt Dank für euren Beistand. Club der Exploratoren Tyrion. Ja, sehr schön. Danke, danke, danke. Alles klärchen. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Dabeisein, fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid in einer der nächsten Folgen wieder mit dabei, wenn es ins nächste Gebiet geht. Da haben wir ja noch ein paar vor uns. Wir sollten dann Level 15 bis 25... Nee, das war das jetzt. 25 bis 35, glaube ich, kommt als nächstes. Und dann sind bald auch die Schneegebiete fertig. Gut, dann wünsche ich euch noch einen recht schönen Tag. Liked und kommentiert doch gerne. Lasst gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Salüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.